Er genießt diesen Sieg. Man kann sehen, dass er doch ein bisschen Glanz in den Augen hat. Also mit diesem Wahlergebnis hat er sicherlich nicht gerechnet. Liebe Freunde, die Stimmung ist gut. Die Ergebnisse sind knapp, aber wir liegen vorne. Das war unser Ziel. Das war unser Ziel und wir bleiben unserer Linie treu. Wir haben gesagt, dass Schleswig-Holstein stabile Verhältnisse braucht. Und wir wollen unserer Verantwortung für diese stabilen Verhältnisse nachkommen. Und deshalb werden wir... Applaus 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 Applaus